Sachsen wird bei den Touristen immer beliebter. Im vergangenen Jahr wurden erstmals im Freistaat 19 Millionen Übernachtungen registriert. Und der Trend hat sich in den ersten fünf Monaten dieses Jahres fortgesetzt. Auch die Zufriedenheit der Gäste, die Sachsen besuchen, steigt an. Positiv, so erfuhren die Gäste aus Politik und von Tourismusunternehmen im Hoyerswerda-Zuse Computermuseum, sei die Entwicklung in allen sächsischen Reisegebieten. Bis Mai 2018 gibt es überall gegenüber dem Vergleichszeitraum des Vorjahres Nachfragezuwechsel bei den Übernachtungen. Einen ausführlichen Bericht zum aktuellen Tourismusbarometer gibt es am Freitag in unserer Drehscheibe.